Hi, heute möchte ich euch mal ein bisschen zu den Einstellungen dieser Bedieneinheit zeigen. Und zwar klickt ihr einfach nur mal hier unten einmal kurz auf das Zahnrädchen, dann kommt ihr in den Einstellungsmodus für dieses Gerät eigentlich. Was ganz interessant sind, sind hier diese Geräteeinstellungen, weil da könnt ihr viel machen. Ihr könnt das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen oder ihr könnt sagen automatisch, dann nimmt er sich das vom Gateway, ihr könnt es, ob es in 24 Stunden oder wie auch eingestellt werden soll, ihr könnt die Sprache ändern, ihr könnt die Sicherheit ändern, was manchmal gar nicht so schlecht ist. Das heißt, ihr könnt dem ganzen Ding hier ein Passwort geben, dass nur jemand hier etwas dran verstellen kann, Temperaturen, was auch immer, wenn er das Passwort kennt. Ihr könnt die Displaybeleuchtung hier einstellen, die Helligkeit, die ihr gerne habt, nach welcher Zeit sich das Display wieder in den Ruhemodus schaltet. Ihr könnt einstellen, wie das Display aussehen soll. Also hier, ihr seht, ihr könnt eine Uhr oder diese Uhr oder halt alles Mögliche einstellen. Und ihr könnt einstellen, ab wann der Nachtmodus geschaltet werden soll, ob er überhaupt geschaltet werden soll und wenn ja, von wann bis wann. Das sind schon mal hier so diese Einstellungen, die ihr hier nochmal so ein bisschen individuell anpassen könnt, wie ihr das gerne hättet. So, hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.